Okay, nächste Programmvorschau am Start. Eigentlich sollte es nur eine Weihnachtsbotschaft werden, aber ich habe noch ein paar Sachen gefunden, die ich am Anfang dann reingestellt habe. Das ließ sich nicht vermeiden, weil wichtig. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Heißt nicht, dass ich nicht irgendwie was filmtechnisch mache, aber ich werde jetzt mal die nächsten zwei, drei Tage sicherlich jetzt nichts hochladen. Dann wird es vielleicht ein längeres Filmchen. Mal kein Bock dauernd da, hier mit diesem Filmschnitt und dem ganzen Kram hier zu verbringen. Ja, dann wünsche ich euch ein frohes Fest. Passt exorbitant gut auf euch auf. Und wie immer könnt ihr das angucken bei VK BitChute Odyssee Rumble, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen, entsprechende Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann gleich bis gleich. Tschüss.